Polizeisprecher Horst Spitzhofer, man hat das Gefühl, dass in den vergangenen Zeiten eine unangenehme Mode aufgekommen ist. LKWs und BKWs benutzen immer öfter die Rettungsgasse, hat man das Gefühl. Hat die Polizei auch diese Wahrnehmung? Es kommt natürlich immer wieder einmal vor, dass BKW oder LKW-Lenker die Rettungsgasse nicht bilden oder missbrauchen, um quasi freie Fahrt zu haben. Grundsätzlich muss jedoch festgehalten werden, dass sich der Großteil der Fahrzeuglenker diszipliniert verhält und an der Bildung der Rettungsgasse aktiv mithilft. Welche Möglichkeiten hatten die Polizei, hier gegen solche Verkehrsunter vorzugehen? Werden Verstöße bekannt, also dass eine Rettungsgasse nicht gebildet wird oder dass die Rettungsgasse verwendet wird, um freie Fahrt zu haben, oder aber auch Einsatzfahrzeuge behindert werden, dann wird das von der Polizei rigoros zur Anzeige gebracht. Auf jeden Fall wird das nicht als Kavaliersdelikt seitens der Polizei gesehen. Welche Strafen drohen denn da? Für die Nichtbildung der Rettungsgasse oder das Befahren der Rettungsgasse ist ein Strafrahmen bis zu 726 Euro vorgesehen. Werden Einsatzfahrzeuge behindert, dann erhöht sich der Strafrahmen bis auf 2.180 Euro. Sind in Vorarlberg schon Fälle bekannt, wo es tatsächlich dazu gekommen ist, dass Rettungsfahrzeuge oder andere Einsatzfahrzeuge tatsächlich auch behindert waren? Es ist auch schon vorgekommen, wie gesagt, und diese Fälle sind auch zur Anzeige gebracht worden. Das ist auch schon vorgekommen, wie gesagt, dass Rettungsgasse ist.